egal kann ich fahren ja du musst auch nicht der typ ist schon weg sarah ich wünsche dir ganz ganz viel spaß lasst dich auf jeden fall schön feiern freut mich dass du wieder da passt und wenn du wieder kommst kannst du mal schauen wir noch da sind kann sie noch mal kurz was mit reinkritzeln hier so schießt dann tschüssi spaß ach gott himmelköpfe wo sind denn die hinesbirne was was nein das hier auf dem server für eine fekal sprach ihr dreckigen ausgefickten ja es ist echt traurig ja ich glaube wir das niveau immer so dermaßen keller gehen ja ich glaube wir müssen aber einmal oder dommel 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 kannst du speichern an diesem shelter wenigstens kannst du also dann tut doch mal kurz noch mal das spiel neu starten dann kannst du vielleicht auch schlafen oder baue erstmal den shelter fertig baue erstmal den shelter fertig stecker stecker sieben fehlen mir noch was stecken jetzt hört es doch mal auf mit diesem scheiß walkie talkie ja wenn der dommel stecken will dann kann er sich seinen aus der hose nehmen ja schon mal paratieren irgendwie kommt es kommt das funkgerät jetzt immer von alleine raus das ist wie bei meinem penis der kommt auch immer von alleine raus wo ist eigentlich dream girly wenn du von grad von penis sprichst die ist noch weg die kommt aber später nach ach so ok die ist noch bei ihrem anderen lover weise kann ich das nicht reparieren bin ich bescheuert wer bin ich eigentlich man weiß es nicht genau man weiß es nicht das kommt von alleine so da verreckt schon mal jemand das freut mich da verreckt jemand ja shelly shelly ich kann nicht fahren warum ich habe alles geschafft ich kann auch ein fahren lassen das können wir ja wissen wir alle das wissen wir echt alle ja wir haben jetzt immer noch nicht gepennt dass das noch einstieg kann mir vorstellen dass wir dass wir schlafen müssen dass die bäume auch nachwachsen das kann sein ja ich bin mir aber nicht sicher ob das ist wie es ist aber wir werden es gleich rausfinden ich brauche jetzt noch ein stick hat jemand noch ein stick übrig also ich bin auch stick lässt leider wenn ihr wenn ihr irgendwelche diese effigies von denen findet weißt du die menschlichen köpfe drauf sind müsste das zusammen kloppen ja 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 da waren vorher haufenweise aber jetzt ja ich hab die alle auch schon umgekloppt ab normal ich brauche schon wieder essen essen ja ich brauche leben mangiare leben brauche ich auch ja ich habe hier noch eine medicine habe ich mir gerade mal reingepfiffen was kann man denn hier essen ich muss mich jetzt mal kurz entblößen ach so ja das ist sehr schön ja weißt du wenn du wenn du weißt schon wenn der sack so lange auf den oberschenkeln auflegt dann schwitzt er irgendwann ja ja das muss man die hose öffnen und den sack nach oben stülpen dass die feuchtigkeit entweichen kann war das alles korrekt da ist schon wieder ein stick in der hand ja vielleicht droppt er den mal so jetzt aber ich habe den shelter fertig gemacht ja dann lass mal pennen jetzt auch leute jetzt lasst uns doch mal in ruhe wir wollen hier nur in ruhe eure ganze heimat vernichten lasst uns doch mal machen können wir jetzt wie schaut es denn bei dir aus mit essen und trinken bist du da soweit schlafbereit dann es und trinke dich mal voll es kann sein dass vielleicht wenn jetzt schlafen würdest und so viel zeit vergeht dass du dann tot wärst wenn du aufwachst vielleicht geht es deswegen nicht ja eben nicht mehr wachst dann eben nicht mehr auf lauf doch einfach ins feuer aber haltet er sei mir auch gerade gedacht das schreibt gerade reden kann wie in der zeigen leid das wäre mega geil ja ich habe mir das mal angeguckt bei euch fand ich auch mega cool da schreibt gerade bl youtube nehme ich an bäume brauchen mehrere nächte zum nachwachsen ja egal ob sie wachsen ja eben finde ich voll geil so kann ich noch nichts grill gute frage nächste frage so weg mit dem typen soll jetzt gehen wir mal pennen ich will jetzt endlich wieder tag haben ja ich auch so domme ich kann nicht mal was aufnehmen sleepy sleepy was ist denn los bei dir okay youtube danke für den tipp übrigens habe ich das gar schon gesagt nee nee das war so ein leises danke ein leises danke war das okay okay gut jetzt wird es gerade eh wieder hell das heißt wenn wir jetzt schlafen würden dann blöd bringt eh nix gut dann gehe ich wieder runter und wir machen einfach weiter ja genau ich gehe wieder schildkröten sammeln genau genau prinzessin sonki will einfach nur pennen von shelly schön ja in der tat mit einem gewissen kilian deswegen habe ich dommer auch aus dem bett geschmissen weißt du ja das wollen mehrere im chat wollen mit geschlafen weil ja ich will ich für mich ganz alleine recht ja okay jetzt habe ich den ja meine freundin weiß das auch schon was 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 du hast eine freundin was 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 ja natürlich das seit wann seid schon immer denk mal drüber nach ist es dir ist es ist es ist deine zwillingsschwester das ist jetzt immer hast ja okay weißt du die hast ja genau da bin ich auch schon mal drüber gerutscht ja die war das klar ich bin auf der schleimspur ausgerutscht ja ja da bin ich voll über sie drüber gerutscht eben kacke das stimmt also was vergisst man auch leicht ja manchmal kann so was auch mal vergessen ist ja ist ja logisch warum hast du eigentlich dein job so scheiße und fest keine bäume und bist du so nutzloser penner was ich soll ich mal suchen mich ich muss ich glaube ich muss dich einladen oder kann das sein moment er soll ja gehen weil es schlafen nicht funktioniert ach so ja wusste ich was 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 shelly schreibt irgendwas mit leidchen ja ja ihr hey ihr zwei habt aber knuffig im kleidchen ausgeschaut die zwei prinzessin das war doch bei 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 äh äh ja geil ja aber schnell ich wusste das waren die geilsten bilder überhaupt ehrlich ich sag's dir die musste ich bis heute muss ich sie regelmäßig doch anschauen die sind es einfach so cool aber allesamt ist jetzt allesamt von der shelly sind sogar bedrückst du wirklich auf z oder so und du stehst hier davor nicht dahinter oder sowas und da passiert wenn du z drückst mit dem z auch gar nichts bist du im controller ja ja was denn los haben forscher im hals schade dann bist du wohl elendig verhungern elendig verhungern er soll ich noch mal neu hosten ja du kannst du probieren ja weil bevor der dommel rumweint weil er nichts machen kann ja ja warte ich treu kurz speichern machen wir kurz so slot 2 habe ich gesagt slot 2 genau okay also soll ich dann natürlich mal ganz kurz im streamer kurz umschalten so okay dann ich gehe komplett raus ich starte das spiel komplett neu okay ist gleich wieder da meine liebe ist gleich wieder da momento dann hier shelly freut mich dass sie sogar eine ehre war das muss nicht sein mir was eine ehre die bilder anzusehen und ich fühle mich geehrt dass ich mit drauf war ich auch wenn es im rosa rot nein wer noch ich war im rosa kleid du warst im rosa und es war meine entscheidung ja ich weiß so hostgame continue slot 2 haben wir gesagt forrest machen wir mal nur drei player aber wir sind ja nur drei jetzt ja eben inviting friends only domme und sonkei das ist gut gut continue ja genau continue ist jetzt hier raus gegangen aus dem spiel ja warum brauche ich noch mal eine einladung hast du gerade gesehen was bl youtube geschrieben hat äh ne freundin die bieste die ständig motzen und nur geld kosten wie war wie war wie war da kennst du einen aus ein kuchen da hätte ich jetzt auch bock drauf leck mich am arsch tim tim 10 55 hat kuchen geschrieben ich hätte jetzt auch gerne kuchen er versucht schon die ganze zeit den ganzen chat dazu animieren kuchen zu schreiben ja weißt du was ich habe ja gerade zeit während der domme da rein ich habe dir doch schon eine geschickt zwei jetzt kriegst du schon die dritte ja jetzt ja so da habe ich auch mal was reingeschickt weißt du was reingeschickt ja auch ich will auch mal perverse sachen reinschreiben ja dann mach doch ich habe kein link so ich starte mal das spiel und shelly packt morgen ja was macht sie denn also was wir ein wahrscheinlich nen lolli ja mit penisgeschmack äh ich bin ich wieder loading screen jetzt bin ich da okay ich bin drin development alphabet ahja klar luggage irgendjemand schwebt hier noch achter domme ja ja okay domme ist auch wieder da ich kann fliegen oh mein gott zonky kann schreiben ja das ist wahr ähm ahja gut doch oh die effigies sind wieder da geil yay aber die bäume leider nicht die bäume nicht die bäume nicht ne leider nicht ich hab voll hunger schade ja dann geh halt an ein rack und iss was das geht ja nicht probier's halt jetzt mal du vogel deswegen haben wir noch grad neu gestartet du homo wo ist denn das rack genau hinter dir shelly schick uns doch einfach mal ein bisschen von deinem kuchen hier rüber würde mich freuen mhm wenn die so gut werden wie deine bilder dann äh und die bummsgaste 3 puff piano in äh puff liegen mhm da hab sie die alle schon weggefressen also äh ne da sind voll fehllinge dran ich blind bist du blind ey äh das backt bei mir aber auch noch ein bisschen rum da steht gather leaves 7 von 7 wo muss ich die denn hinpacken äh weiß ich auch nicht ich hab mir bestimmt auch gather sticks 4 von 4 steht bei mir auch noch mit dran ja ja eben aber das bonfire ist wieder komplett groß also sind wir haben frisch gewesen ah ja das ist bei mir auch wieder frisch also auch cool gut ich schlachte jetzt erstmal hier ich 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 hatte sie nichts nehmen oder was nein das gibt's doch gar nicht oh seite sind auch wieder da das ist schön äh haben wir jetzt schon so ne ich doch dommel komm mal her schnell hier warte 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 ich musste ich leg mal kurz was zu essen auf so ein Tablett drauf ich kann es dann nehmen ich kann ja ich kann es nicht kann ich es nicht droppen doch hier leg es auf dem boden kannst du das nehmen so bitte leute hier habe ich noch was das essen was hast du gebaut oh yes noch so ein teil geht das kannst du das essen und essen kannst du es nicht oder was ja du musst als inventar gehen i drücken und dann oben rechts auf essen drücken rechte maustaste draufklicken und tust das essen ja eigentlich ok also eins ist klar ich glaube der dommel kann schon schlafen und speichern aber jetzt nur nicht wie es geht ok das kann durchaus sein nein ich will den vogel lass mich nicht oh scheiße haha Tim ich dachte oh shit sorry ganz kurz ja äh ich habe da einen kleinen fehler gemacht gerade schäm dich ja ich habe nämlich den stream anlassen ich spiele hier die ganze zeit schon wieder und habe vergessen den stream umzuschalten aufs spiel oh das ist natürlich doof aber passiert passiert ja passiert das war der falsche pilz ähm wie sieht es denn aus mit mit bäumen sind da wieder hab sie schon alle eingesammelt ich weiß es nicht äh wahrscheinlich sind die durch den neustart jetzt weg äh dommel wenn du sie fällst versuchst du doch bitte in richtung der flachen länder zu fällen weil sonst rollen die loks immer runter ja ja ich habe vorhin auch schon einen in dem fluss hier rechts rechts neben uns gefunden mhm toll so gucken wir mal da hinten weiter ich suche mir auch gerade nochmal den loksletch den zweiten den habe ich irgendwo hier hinten in den wald geschoben ja ich glaube ich habe einen vorhin gehabt ich habe die loks schon reingepackt mhm und bin grad wieder mit unterwegs tja und ich habe meinen loksletch verloren einer steht in der basis den hat der sonki schon geklaut da hinten eben der in der basis da habe ich den habe ich schon der ist weg deiner ja irgendwie schon ja gut komm den kann man nochmal neu machen der kostet ja nur pfff sticks tausend sticks ja aber hier sind ja gleich wieder so wir sollten uns nochmal vielleicht auf die neue auf die suche nach der neuen axt begeben wie gesagt ich habe mich auf tim voll und ganz verlassen dass er hier mal und schreibt wo die ist aber ah nee dein sledge der ist hier im ding drin wo ich nehme den ich habe dir einen mitgebracht ah super nimmst du den der steht irgendwo oben ich komme gerade noch mit dem anderen dann kann man die beiden beladen das ist schon mal super super bl youtube ist ja aber nett wieder was hat er denn gesagt man kann doch mal was vergessen ach so einmal bei profis zuschauen sagt er aber es wäre ja langweilig ja das wäre es in der tat sag mal was stirbst du jetzt mal herr baum ah jetzt klaue dir mal die sticks ey hier ist eine höhle alter ja ja die sind hier überall hä ich bescheuere bevor es runterrollt ja ja ich habe auch schon so den hast du gut jo äh kann man kann man die dinger auf auf nummern equippen leider nicht leider nicht so quick ding ist leider glaube ich noch nicht drin ich hoffe das kommt auch irgendwann so ich rocke jetzt mal zum dommel hinter also komm bevor wenn ich gerade vorbeifahre so ich fäll jetzt nochmal einen baum ja jetzt mach doch fäll doch junge muss ich da jedes mal wieder drauf drücken boah so ich muss noch was machen fällt mir gerade auf kleine sekunde opsa ähm und zwar also was war das jetzt also habe ich mich auch gerade gefasst hat sich angehört wie so ein rasierer ich glaube es hat geklingelt beim dommel ja das kann auch sein ja das kann auch sein und schau halt einfach ja es hat glaube ich geklingelt ja warum weißt du das auch nicht ach gott schön was kann man denn da oh blau ich will blau oh ich will ich will blau ja ich habe es gerade grün gemacht ich habe es gerade grün gemacht was hast du grün gemacht das was er blau macht was habe ich denn blau gemacht oder lila ihr verwirrt mich ja das kennst du nicht du bist kein babo ich bin nur dein babo ja stimmt ja du bist mein chabo ja er träumt weiter ja ich habe was für dich fang auf ja ich fang ach super wo ging der hin gibt es da kein schönes blau naja nehme ich das da was machst du denn das ist schön das ist ein schönes blau ist da irgendwas besonderes ja oh was ist denn da besonderes da hinten wo denn da wo du die fahne hingestellt hast ich habe keine fahne hingestellt das ist der lockslatch echt ja oh stimmt tatsächlich den kann man farben geben ja cool was gebe ich ihm denn dann nicht blau hm ich gebe ihm blau nein ne ich gebe ihm turkise ja das ist legitim ja so weg damit jetzt hatte ich den vogel fast oh ja in der luft ich habe ihn in der luft erwischt was ist das denn trickshot was denn dein vogel ich habe den vogel gerade in der luft erwischt ich bin gesprungen und habe ihn weggeschnetzelt nice yeah ja komm so ich will den oh what the fuck zonky springt über mich rüber und dann macht es ey mach deinen eigenen leer das war doch meiner glaube ich oder ne ne deiner ist blau ach so meiner ist turkise ah sorry ja ja du das kann auch von dir hauptschule hauptschule nö ey nichts gegen hauptschule stimmt Hanzehly du hast recht was hast du denn gesagt Nad lain bei mhm mhm pink wie dein schuhel ihr opfer ja und da kam schon wieder die zensur ja okay ja die auto zensur die funktioniert echt gut Vor allem die hat doch fast keiner, nur ich Ja, das ist geil Eigens programmiert Ich hab ihn Anti-Domme genannt Der Anti-Domme Oh, was war das denn für ein Geräusch Oh, da ist noch ein schönes, was ich vielleicht brauchen kann Ja, jetzt nimm doch das Ding mit Hey, mein Gott Gibt's doch gar nicht Habt ihr da eigentlich schon mal Bäume reingetan Es sind da noch 400 Ja Wir haben schon über 200 fast rein Ach, wir sollten die da rein machen Ich hab die immer nur vorne dran gelegt Scheiße Gut Spielmechanik hat auf jeden Fall Oh, hier ist eine Höhle Hier ist eine Höhle Ja, die hab ich aber auch schon gesehen Direkt neben dem Flugzeug Vielleicht ist da die Axt drin Oh, lass da gleich mal reinlunzen Bitte Ja, geht halt mal rein Ich baue hier weiter Ne, ich bin Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei der Die war doch erst weit weg Bei der finalen Höhle riss Das kann sein, aber die finale Höhle, da haben wir doch Ding gefunden Ähm Wie heißt das? Äh, diesen, diesen Haken da Weißt du noch? Achso, nee, 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 nee Den Kletterhaken findest du auch wieder woanders Ja? Mhm Du brauchst ja auch Ausrüstung Und Kletterhaken und sowas dafür Um, um da durchzukommen? Ja Ah, okay Um in die Finale, um quasi das Finale zu sehen Ja Aber das will ich aber auch nochmal irgendwann sehen, ne? Ja, vielleicht haben wir ja noch lange Weile später und sagen, oh, das Bon geht mir auf den Sack Machen wir das Ende nochmal Mhm So, ich helfe dir mal kurz hier mit der alten Ach Fans werden geblockt, du alte Zippe Verpiss dich Ja, der Shelley hat gefragt Ob wir Fasching mögen Äh, pfff Ja, nicht, nicht so wirklich Also ich mag die Tradition, aber wie die Menschen damit umgehen, finde ich Katastrophe Ich muss auch sagen Genau, Fasching ist nämlich nicht mehr Fasching, sondern Fasching ist einfach nur noch eine Sauf-Orgie Eine riesengroße Ja, eben Eine Sauf- und Bums-Orgie Was anderes ist es nicht mehr Eine Bums-Orgie? Bums-Orgie Ich muss Fasching frei an Ja, du musst schon auch ein bisschen was bieten können, ne? Ja, eben Das können nur wir Die Muschi-Lover Ja, was willst du sein? Penis-Lover, oder was? Komm's mal her Warum? Ja, hier liegen zwei Milliarden Baumdinger Ja, alle Ich bin dran, aber es dauert hier ewig Ja, kommen wir aus dem Arsch Das funktioniert nicht Gib dir gleich einen in den Arsch Äh, das ist ein Schuchtel Äh, äh, da fragt gerade der Frozy Ähm, oder die Frozy? Ich hab keine Ahnung Alter, was baut ihr da? Wer war gerade AFK? Äh, wir bauen gerade im Moment nur so ein Fundament Ja Alter, warte mal kurz Meine Katze schreit mich hier an Glaubst du auch? Das kenne ich sonst nur von meiner Freundin Und da kommen die Federn Geflogen Das war natürlich auch eine weibliche Katze, ne? Alles klar Sekunde, dann werde ich jetzt aber nochmal ganz kurz einen der Wünsche erfüllen und die Hintergrundmusik anmachen Ah, ja, genau Ach, schade, dass ich die nicht mitkrieg That's very sad Ja, wie gesagt, ich muss halt immer ein bisschen schauen, weil, weißt du Und da war er wieder weg Und so viel Ich muss halt immer ein bisschen schauen, wegen GEMA frei und so Ah, ja Deswegen kam ich, ich hab auch nicht, ich hab leider nicht so viel Musik drin Mach kaum verlegen Ich kann dir, falls du das, äh, den, den Tipp haben möchtest Ah, fuck, ich weiß aber leider nicht mehr, wie's heißt Ähm Es gibt, es gibt ein Angebot im Internet, wo du für 10 Euro im Monat, äh, ein Riesenangebot an Songs kriegst Äh, und die kannst du dann einfach benutzen Okay Ich kann nochmal nachgucken, wie das heißt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher Allein YouTube hat ja 500 Millionen Songs drin Ja, aber die sind Aber das sind eben 4.999.999 Scheiße Ja, schon so Also, was heißt Scheiße Sie gehen schon, aber Es gibt bessere Ja Ich hab mir schon gedacht, ob ich mich bei der GEMA anmelden soll oder so Ja, okay Aber das würde ich erst tun, glaube ich, wenn ich eine gewisse Größe erreicht hab Ja, du, das kannst du dir, glaube ich, vorher sowieso nicht leisten Irgendwann, weißt du Also im Moment ist das, glaube ich, ziemlich GEMA ist ziemlich heftig zu bezahlen, glaube ich SMVLP schreibt Meine Lieblingsfarbe ist Türkis Das ist schön So war mein Schlitten vorher Aber nein, die liebe Schelle wollte ja unbedingt den Pussybums-Bus haben Den Pussybums-Bus Genau Pussy-Wagon Da kreucht schon wieder Oh, die sammeln die Sticks auf Ja, schon, gell? Ich dachte mir doch, die suchen sich Waffen Der hatte gerade keinen in der Hand Und plötzlich Leg ihm mal deinen Katana vor die Nase Ja, genau Ist klar Ich meine, der hat den gedroppt? Der hat den gedroppt? Sag ich doch Das ist Fantana Nee, denn der Stick Ist ja voll geil Das macht mich gerade voll happy Ja, ich hab mich jetzt vorhin auch voll gewundert Besser sich zu dritten Baumstamm schnappen Aber Shelley schreibt, die mag Fasching gar nichts Aha Das verstehe ich aber nicht ganz Weil Eigentlich Du bist doch gerade die Was so designmäßig und sowas Da sich da voll mega ultra ausleben könnte Sog hier auf mein Du bist doch ein Sack Was? Warum? Ich wollte dir doch mal helfen Könntest du dich doch jetzt ultra ausleben eigentlich Bei Fasching und so Design-Technisch Ich lese doch die ganze Zeit den Chat vor Der Timme Achso, weil der Timme schreibt Es ist immer Party Jetzt kommt's hart Dommi, pass auf Was die gemacht haben, okay? Alter, der Baum ist knapp gewesen Tim schreibt Die hat Alter Bei Fasching Letztes Jahr Haben sie um drei Uhr nachts Nudeln gekocht Nein Doch Triumphierische Schweinebraten gebraten Stimmt halt echt Hä, jetzt geht doch da rein Mein Gott Hier ist auch nur so ein Angebumster Ja, ich wollte dich umfallen Schade Ich dachte, das könnte man mit dem Katana auch Ja, dann hätte ich das genommen Du stehst gefährlich, gell? Ist die Flora mal wieder eigentlich genauso schnell abgehauen, wie sie da war? Kurze Frage an Shelly So, das sollte reichen Ja, gut beernin Ja, gut beernin See what behind closed doors Ja, tu mir auch nicht Stell dir mal vor, du hast die größere Axt, noch die bessere Geil Geil So, wir brauchen noch 420 Lux Leck Ja, 420 Lux Aber nur fürs Fundament, gell? Da sind noch keine Wände drauf Da ist noch nichts drin und so, ne? Ist klar Aber das Gerüst ist bald fertig Aber ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit, muss ich sagen Also, wir sind echt gut dabei Ja, ich glaube auch So Shelly sagt gerade besoffen Okay, ja, ja Willst du vorlesen, dann ist vor Ne, 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 mach weg, mach weg Gut, besoffene Leute, die in komischen Kostümen rumlaufen, nur rumschreien, sich für witzig halten und eine Riesensauerei hinterlassen Ne, danke Außerdem ist es scheiße kalt Ja, das stimmt Es ist auch immer nur lustig, wenn man selbst betrunken ist Ja Genauso wie das Oktoberfest Ist genau das gleiche Auf den Wirsen Ja, auf den Wirsen Autosensur wieder, zum Glück Ja, besser war es für euch Mhm Ey, wo ist denn hier was? Also, die bekommt nur der Sonke Ich höre Domme immer komplett Ich zensiere ihn immer, bevor er scheiße redet, weißt du? Ach so, ja, das ist nett von dir Ja, ja Ich raste da immer leicht aus Ich möchte deine jungfräulichen Ohren nicht hier beschmutzen Ja, das ist super Ja Ja Da war ich leider zu langsam Wo? Ah, hier, der kriegt schon mal mein Schwert in den Arsch Ah, nee, ich muss erst, äh Aua Aua Brennt der? Äh, Tim Nein Ich bin tot Oh Fuck, der haut ja rein, hey Leck mich am Arsch So, der kriegt hier erst noch Dazu brauchen wir, glaube ich, Baumharz Gut, da hat der Domme, glaube ich, jetzt durchs Fällen wahrscheinlich eh so viel Du solltest mal schnell herkommen Wieso denn? Äh, ich bin tot Ich auch gleich Ja, ich komme mit dem Auto und fahre sie tot Oh ja, das ist geil So Ja, hier kommt ein Rätsel für den Chat Was ist das? Klingt wie ein Kuss Das klingt, als ob du denn nicht mal deinen Finger aus dem Arsch gezogen hättest Ah, cool Ah, jetzt klappt es auch mit dem Laufen wieder Ach so, ja, dann ist der super Win-Win-Situation Oh, merci So, jetzt gibts erstmal aufs Maul Riech mal, meine Kaka Wieso rettet mich der Spaß nicht? Warum bin ich schon wieder tot? Oh Für uns Ha, der Vollposten läuft jetzt doch ins Feuer Eigentlich könnte ich restarten, oder? Weil wir sind ja direkt Nee, nee, warte kurz Warte kurz So, einen hab ich Wo ist der Ander? Da hinten So, hab ich noch Mads Ich hab noch Mads Geil Ja, jetzt sieht man gar nichts mehr Wo geht's hier weiter? Wo sind die denn? Alle weg Ich glaub sie alle getötet Ah, voll geil So, die Docks auch nochmal da reinschnetzeln Wieso verbrennst denn du mein Frühstück? Damit wir Knochen bekommen für die Rüstung Die hab ich schon Wie viele Leute sind denn jetzt eigentlich? Frühstück haben wir auch nicht mehr 14 im Moment Ah, voll geil Das geht ja ab Ja Tja, du, schau mal meine Abozahl an, hey Nee Dommel, für dich eine kleine Info Und zwar, wenn du, du kannst Federn an deine Axt machen Dann schlägt sie schneller zu Geil Das haben wir letztes Mal schon erklärt Ja, ich weiß, aber weißt schon Dommel und Demenz ist ganz schlimm Boah, da ist schon wieder einer, du Ich glaub's nicht Ja, das ist nicht mehr Achso, du hast auch noch einen Okay, erst mal die Eier Ich tu dir wieder Frühstück zum Rack legen Dann kannst du es wieder auseinandernehmen Ja, gib mir mal ein paar Federn Ja, ich bring dir ja auch nochmal was Guck mal Du hast einen neuen Freund Yeah Du kannst dich mit dem unterhalten So, erst mal Oh, schade Drop Nee, den wollte ich eigentlich gar nicht doch droppen Ja, logisch, ich hab mit dem Porsche gefahren Den hab ich aber von Jan seiner Hochzeit geklaut Wo du ihn geheiratet hast Von dem Jan seiner Hochzeit Oh, da liegen ganz viele Den würde ich auch noch heiraten, den Spacken Den würde ich auch noch heiraten Wie schön Äh, Frozy, ja, bestimmt Können wir bestimmt Aber ich weiß ja nicht Ist es bei euch so dunkel? Ja, Mann Also, ich kann mal kurz Also, wir erbarten Ich sehe selber fast nichts Ähm, ich muss mal schauen Vielleicht kann ich hier irgendwo Ähm Shadows high On, on High Stream high Wo mach ich denn das? Muss ich das Schau, ob ich irgendwie das Gamma hochstellen kann Also, aber Ähm, ich glaub's Ah Mouse sensitivity Music Hm Oh, das ist jetzt auch geil Du kannst im In dem Crafting Menü Kannst du jetzt nicht mehr Von den Objekten reintun Als für ein Rezept gebraucht werden Das ist auch voll geil Was, 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 was Vorher konntest du ja zum Beispiel Wenn du Federn gebraucht hast Konntest du ja unendlich Federn reinbasteln Und das Rezept war dann einfach nie vollständig Du musst es ja immer exakt Ja, ja, ja Und jetzt stoppt's einfach Äh, an der Stelle, wo es, wo es maximal reingeht Nice Tja Aber das, glaub ich, hab ich vorhin auch schon festgestellt Weil ich hab mir schon einen Bogen gebaut Oder? Nee, das geht doch nicht Hä, was, was? Okay Das versteh ich nicht Nee, da fehlt mir noch einer Alter, Alter, ich komm hier Der bergt nicht mehr hoch Nein Ich brauch unbedingt einen Porsche Cayenne Und nicht mehr so einen schwulen 911er, ey Da ist schon wieder einer, du Das gibt's doch nicht Hier, so mit CDs um den Hals Du hast mir meine CDs geklaut Verpiss dich So, ich bring dir wieder Freunde mit Ja, ich hab mir auch gerade einen neuen Freund gemacht Bring ich auch gerade einen Daumen mit Ah, weißt du, was? Den kann ich hier mal Ja, dann schmeißt jetzt Feuer, wenn sie mit so viel haben So, ich muss jetzt eh mal kurz einen Fuß verspeisen So So Ah, jetzt, jetzt brennt's Okay, geil Warte mal, ich muss mal ganz kurz Ich muss irgendwie, warte mal Ich muss hier mal kurz was machen Die hängen da so schön am Feuer So Geil So ist, glaub ich, besser So seh ich mehr vom Chat Gut Also, Tim hat übrigens geschrieben Wir sollen, oder ich Wir sollen hier eine ähnliche Festung bauen Wie ich in Raft eine gebaut hab Aha Ähm, ich weiß nicht, wer von euch zwei das gesehen hat Wahrscheinlich keiner Äh, doch, ich hab's gesehen Ja, und du weißt, wie enorm die ist, oder? Ja Und du weißt, wie unmöglich das hier ist? Ja Gut, dann lassen wir's Ja Das ist unmöglich Doch, bei Lala Ähm Gut Oh, geil Äh, Sekt Was? Hey, die haben so'n Ding kaputt gemacht Die Schlampen, Alter Was? So'n Drying Rack Ja Naja Das war vorher schon recht demoliert Ja, warum baust du's nicht wieder auf? Es ging nicht Ich konnt's nicht bauen Ich weiß nicht, warum So'ne Scheiße Mhm Nee, das passiert mir jetzt auch Ähm Also kurz an Fabian Lars Kurze Information Ich möchte's nur mal wissen von dir Er hat geschrieben, oder irgendjemand hat geschrieben Es klang irgendwie nach einer Flasche Oder dann schrieb die Shelly Flüssiges Gold in der Flasche Und dann sagt er Jetzt pass auf, warte Jetzt pass auf Ich bin tot Dann schreibt er Fabian Lars Es hört sich an Ganz wichtig Es hört sich an Wie nach einer Flasche Voller guter alter Muttermilch Aha Es hört sich an nach einer Es hört sich nach einer an Das ist ja klar Rettet mich mal Woher weiß er Ja, ich bin gerade selber Wie gute alte Muttermilch Sich anhört Ja, denk mal drüber nach, ne? Ich weiß nicht, ob ich da wirklich drüber nachdenken möchte Wenn ich ehrlich bin Ja, hier fehlt mir noch eins, du Ast Wo? Hier, bei dem Rack Ah ja, da hast du ihn Ach, das ist alle kaputt gegangen, oder was? Ja, ja Äh, haben wir hier, äh Noch, äh Wollen wir jetzt mal probieren, uns zu schlafen Ganz kurz, weil Nacht ist Ja, bitte, bitte Da bin ich recht happy drüber Z I'm in Z Oh, da kommt schon wieder jemand Nix Hä, das gibt's doch nicht Da kommen wieder zwei Oh, ich brauch wieder Ich mach's dir auch beide kalt schnell, das ist cool Ja, ich brauch wieder Stummy Aua, Aua, Aua Du Stricher, du Blöder Ähm Der lebt auch, der lebt ab Ja, ich, ich hock hier mal auf der Bank und guck euch zu Gut, voll easy Läuft Der hat ganz schön harte Beine Was, ich hab zu viele Knochen? Hä? Mhm Ja, bau dir mal die Dingarmor, die hab ich mir auch schon ausgerüstet Ja, 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 ja Upgraded Spear Warum geht das nicht? Ich weiß nicht Ich kann den Upgraded Spear bauen Aber braucht da zuerst mal irgendwas Hm Ich brauch da mal was zu essen Was ist denn hier fertig? Hm Was Was wollen wir denn für die Für die Bauenarmor nochmal? Verspeisen Was einem überhaupt nichts bringt Schön Was brauch ich denn für die Bauenarmor? Ah, doch, Kleidung Ich wollte das nicht essen Ich wollte Ich will das zum Trocknen aufhängen Was ist denn los bei euch? Eine Zehe musst du das machen Ja, 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 schon Oh, der ist kaputt Den müssen wir da nicht aufhängen Es ist echt ziemlich scheiße, dass mir das mit dem Übernachten nicht geht, ne? Ja, schon Aber vorhin hat's nicht vorhin funktioniert Achso, äh, sorry, sorry Ich muss das, äh, ich hab das gerade eben erst gelesen Entschuldigung Ja Ähm, ich soll Bei Color Grading Moment Color Grading auf Blockbuster Blockbuster warm Warm Dance Epic Blockbuster Tatsächlich Okay, es ist ein bisschen heller geworden, ja Seht ihr den auch besser jetzt? Ist es besser? Hä? Okay, Fabian, alles klar Ja, hab ich auch gerade gedacht, als er das geschrieben hat Äh, ich muss aber sagen, irgendwie ist das, irgendwie ist das hässlich, wenn ich das so auf dem Ding mache Aber ist egal Ja, solange die besser sehen, ist alles in Ordnung Ja, eben, deswegen ist die Frage immer noch an euch, seht ihr denn besser? So Weil ich weiß auch bei ARK, weißt du noch das letzte Mal, als sie geschrieben haben, hier, wir können Gamma hochdrehen und dann auf einmal haben wir bloß so ein weißes Bild gehabt, so mehr oder weniger? Walkie-Talkie Walkie-Walkie Penisbärchen No way Ähm Hm Aha, ich sehe gerade, der Japaner von vorhin spielt voll auf Okay, super, freut mich, es ist heller, perfekt Es ist heller von Sinnen Ja, es ist heller von Sinnen Heller von Sinnen Heller von Domme Heller von Domme Hm, ich muss ja mal ganz kurz mal neben Medi reinschmeißen So, ach komm, wir haben ja gleich eine Soda rein Also so, gell Frühstück ist fertig, also aufgehend So, weg damit, der ist kaputt Kann ich den nicht da rein droppen? Äh, warte mal Frozy schreibt, ich soll mal Modern machen Hm Modern Ja, bei diesen Grafikeinstellen, ich glaub, das ist für euch Glaub ich, ist dieses Blockbuster besser Oder? Ganz kurz, ich schau mal kurz in die Richtung Das ist jetzt Blockbuster Das ist Modern Ja, ich auch Na, Blockbuster, glaub ich Ich find nirgends was zu essen Ich auch nicht Weißt du was, weißt du was Ich mach jetzt hier mal, äh Dagerfeuer Ja, so ein kleines Weil dann kann man sich da was drauf schnetzeln Seid ihr schon wieder so buggy, oder wie? Buggy? Ja, geht bei euch nix zu essen, oder was? Die sind alle noch nicht fertig Achso So, hier hast du Ich hab das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier arbeitet, ey Ja, klar Realität wie im Spiel Mhm So Ja, aber den musst du erst zerstückeln Ne, der war ja schon Ging ja nicht Der war ja schon fertig So Ja, da können ruhig mal neue Leute drauf kommen, ne? Fuck you Ich bin tot Ne, bist du nicht Wow Hast du gesehen, wie ich geflogen bin? Ja, also ich hab's noch kurz gesehen Da bist du wieder runter irgendwie Ich muss das mal kurz im Stream selber anschauen Weil ich hab grad den Chat geschaut, dass das passiert ist Was war da denn los? Ich hab keine Ahnung Auf jeden Fall Ja, ich hab ihn in die Hand genommen Und dann bang Bin ich weggeschossen Du hast ihn in die Hand genommen Ist klar Ja Wurde er in die Pinzette Hast du ihn jetzt grad geklaut? Hast du grad meinen Hast du ihn grad echt geklaut? Ne Das gibt's nicht Sanki ist so ein Drecksack Ich hab doch gar nix gemacht Mir werden hier Sachen unterstellt Das gibt's nicht So So So, das geht relativ easy Ja, das wird glaub ich Ein ziemlich heftiges Ding Hab ich so das Gefühl Das Gebäude hier? Ja Ja, ich glaub's auch So, dann geh ich mal wieder hinter Dome Was? Was geht? Ich baue mir grad ne Rüstung Ich baue mir grad ne Rüstung So Oh, da muss der Ernst lang bauen Oh, da will ich nicht hin Ich hab ja auch grad ein Stück Rüstung gebaut So, erstmal hier hinfahren Schön Was gibt's denn da zu machen? Ja, ja, Shelly, das stimmt Gesundheit Oh ja Ciao, Frosie Mal wieder Vielen, vielen Dank Dass du dabei warst Bis zum nächsten Mal Bis bald vielleicht wahrscheinlich Ich hoffe doch Ja, der kommt bestimmt wieder Ah ja Frosie, du kommst doch wieder Was ist denn das, Alter? Ne Keule Hey Hey Habt ihr jetzt schon mal alles aufgesammelt da hinten? Ja, wir sind immer noch dabei Ja, sind ja grad dran Ja Wie hart es ist, dass wir zu zweit nicht hinterherkommen Den Scheißlein zu sammeln Ja, schon heftig Mhm Und ich hack schon gar nicht mehr lang Schon lang nicht mehr Schon gar Mein ich doch Ah, Shelly Manchmal haust du Sachen raus Wahnsinn Zonky ist lieb Komisch Aber lieb Ich weiß Manche sagen auch sonderbar Sonderbar mit Z Okay Ich bin doch gar nicht komisch Ich bin doch lieb Ja Das habe ich auch schon gehört Alles ist wunderbar Ich weiß heute noch, dass ich das bin Oh mein Gott Komm jetzt seine Tage Hat wieder Rüstung von mir runterge... Ich hasse... Du willst mich verarschen Wo bist du? Komm mal her Schau mal Hier stehen 5000 Bäume an 5 Metern Auf 5 Quadratmetern Shelly sagt gerade Ich stelle mir Zonky gerade als so einen Psychokiller vor Mhm Schön Er vernascht gerne Kinder Das wäre doch ein geiles Bild Wenn du mich hier so als Psychokiller darstellen könntest Das wäre doch richtig... Das wäre richtig nice Wie er so Kinderkannibale isst Ja Oder so was Oder während Domi und ich gerade im Zelt zusammen schmusen Und er an meinem Bein knabbert Oder beim Zeh Och geil Ja, es muss ja katzenähnlich sein Damit es dir bekannt vorkommt Und du nicht aufwachst, weißt du? Mhm Man muss dem auf die Rose scheißen Lass dir schmecken, Tim Ach Gott Ach Gott Diese Bäume Ja Aber ehrlich So, weg damit So, ey, jetzt sammle doch den scheiß Baum auf So, drauf damit Was wollte ich denn jetzt machen? Ich war doch irgendwas Irgendwas wollte ich doch gerade tun Warum brennst du nicht mehr? Warum? Dann brennst du nicht mehr Gell, ich mühe mir hier unten einen ab Und du Begnügst dich da oben an deiner Feuerpalme Das glaubst du nicht Ja Klar Bist du auch nicht Hallo SMV Socki 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 Wer der Killer In Horrorfilm Der zurückruft Was? Ja Mach mir gerade was zu essen Wenn jemand in einem Dunkleren Haus ruft Ist jemand da? Achso Okay Ich verstehe Ich verstehe Du können ja hier jetzt so ein kleines Drehbuch schreiben Oder du machst so ein kleines Weißt du, so ein kleines So ein kleines Comic oder so Das wäre so geil Aber ich glaube, ich vergleiche mich eher mit dem Killer aus Psycho So Norman Bates oder sowas Nein, Psycho kennt keiner den Film Nein Da habe ich mir letztens auf Englisch reingepfiffen Ja, ich kenne nicht Du bist ja voll der Nerd Ich ja Aber ich muss sagen, es ist schon ein geiler Film gewesen Ja, Shelly, das glaube ich auch Der Sonke schummelt sich immer in die Bilder Was? Nein Mhm 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 Aber Shelly hat so viele Projekte Am Laufen Ob sie dafür Zeit hat Weiß ich nicht Für uns? Natürlich Priority one Für mich Was? Gehst du weg? Gehst du da weg? Aber Aber ich dachte, wir Kommst du mit meinem Cayenne nicht vorbei? Ja, guck dir hier mal meinen Borsche Das, ne Ich habe auch einen gekriegt Gibt's doch gar nicht Ich bin auch Silber Fatalist Warum wirst du einen halben Daumen geben? Was ist Was wirst du mit einem halben Daumen machen? Entweder einer oder gar keiner Ja Oder einfach Besser einer Genau Sonst gibt's aufs Maul Aber ehrlich Wir sind hier nicht so die voll netten Spastis, die hier sich alles gefallen lassen Eben Voll auf die zwölf, ne? Boah Ah Amscheinend haben wir schon zwei Dislikes Hauptwelt Ich glaub's nicht Ja, 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 ja Du auch Negativ-Werbung ist die Werbung, oder? Schreib drauf Achso, das eine war ich Das glaub ich sogar Ich auch Er hat wieder nicht erkannt, ob das jetzt ein Daumen hoch oder runter ist und einfach irgendwas geklickt Ja, das kann natürlich passiert sein Aha So Ich war so voll, ich hab einfach zwei Daumen gesehen Genau Die Schnaps Daumen nennt man das Bei ihm ist in seinem Kopf sind die zwei Daumen unter den Videos sind verschmolzen zu einer Faust geworden Richtig Schön Ey, wo sieh ich denn das? Wo hast denn du deinen Sledge? Ah, da hinten Naja Da helf ich dir mal mit bepacken Das ist aber mal nett Das ist aber mal nett, ja Natürlich, ich klau dir nicht, ich helfe Was? Was denn? Da werde ich auch noch angeschnauzt von dir, ich würde dir klauen Ja Ja, da bist du mal sprachlos, was? Mhm Hat einer mal deine Tricks erkannt? Ah, ist das voll schade Aha Ja, Speis mit Bäumen auf mich Ja, hast du ja verdient Haben dich getroffen? Nee Schade Doch, kein Bier Ah, jetzt hüpf doch über den Stein drüber Weißt du, du kannst über die schrägsten Kanten springen Aber Hauptsache nicht hier über Steine Die Shelly schreibt, wir sind die drei Hinterwälder aus Wrongturn Dann würden wir aber leider nicht lang überleben Weil die Hinterwälder aus Wrongturn, die betreiben schließlich Inzucht Oh, das ist aber auch schade Und das können wir schlecht Haha Du Ja, aber vom Kopf her hat sie dich ja gut getroffen, gell? Okay Silver Fatale schreibt, er litt kurzzeitig an Dummheit Sei froh, dass es nur kurzzeitig war Bei manchen Leuten hält es lang an Das Problem an Dummheit ist, die Leute, die dumm sind, wissen es meistens nicht Ja, wenn sie es wüssten, wüssten, dann wären sie ja gar nicht mehr so dumm Ja, gell? Ja, aber die Schlausten sind die, die es wissen und trotzdem dumm sind Gell? Nee, die Schlausten sind die, die sehr intelligent sind und sich dumm stillen Ganz genau So wie wir Genau Aber Leute, die sagen, dass sie intelligent sind, sind nicht intelligent Richtig, sonst sage ich immer, ich bin nicht intelligent Das ist bestimmt du Ja, wahrscheinlich Du bist der Dicke, der motzt Wahrscheinlich Und ich bin auch sicher Ja, da ist schon mal die Schmuchtel, die lacht Wo sind denn die Bäume hin? Äh, warum Warte Geht das, warum Ist das ein Vogel? Das war ein Vogel Okay Ähm, ich muss, ihr müsst ganz kurz einen Moment warten Ich komme gleich wieder Zerk Tee Films Willkommen Aber eine Krankmeldung bringen, gell? Nach dem ersten Tag Ja, lauf doch Ich will den Vogel kaputt machen Meine Güte, das gibt es doch nicht So, ich bräuchte mal hier wieder Äh Ja Was zu trinken, damit ich Ähm Ausdauer hab Aber das wird wohl nichts Schade So Ah, hier hinten ist aber auch noch eine schöne Location Muss ich sagen Wo ist denn der Spast hin eigentlich? Das ist wahrscheinlich erst beim Scheißen Ah, schon wieder Gibt's doch gar nicht So viel wie der Scheiß, das geht doch gar nicht in den Mensch rein Was glaubst du, was der frisst? Und sieht immer noch aus wie ein Spargel, ich glaub's nicht Ja Hm Das war ein Discard Er wurde gerade von der Gerät ersetzt, heißt es im Chat Okay, ja Tja Toller Stream Punkt, Punkt, Punkt Was soll das bedeuten? Aber ehrlich Ich glaub, da will jemand einer auf die Zwölf Voller Ratte auf die Fress Äh, ja Das Spiel hat sich tatsächlich weiterentwickelt Ja Äh, das lese ich gerade im Chat Achso Ja, ja Shelley fragt, was, was gerade zwischen, äh, Mackie und, und Kai los ist Oder was da läuft viel mehr Ich fick nur sich den Arsch Ja, wie immer Ja, servus Wo warst du für den Tag? Ich muss jetzt halt, ich musste mir gerade das Inhalationsding reinhauen, hab ich doch vorhin mal kurz erwähnt, ne? Ah, ja Ah, das hab ich auch gar nicht parat Scheiße Weil ich sonst auf Dauer, wenn ich so viel rede, irgendwann mal hier Atemnot bekomme Interessant Seit ich sechs Wochen krank war, hab ich den Shit, ich weiß auch nicht wieso, ey Tja, ist es bei dir allergiebedingt? Ne, ne, ich hatte am Anfang des Jahres, beziehungsweise über Weihnachten, eine leichte Lungenentzündung Uuuuh Und war mit meiner Lungenpower so bei 25 bis 27 Prozent Ja, das, äh, scheiße Ja, und dann hab ich so ein Inhalationsding bekommen, weil ich einfach, klar, ich hab keine Luft mehr bekommen, brauche ich immer zu, alles zu Ja Ja Was war das? Was war das? Was war was? Bei mir hat's grad so'n Riiiit Gemacht Also ich war's nicht Achso, weil Fabian Lars hat einen Euro gespendet, deswegen, aber warum hast du so komischen Ton? Uuuuh Hä? Mir spendet nie jemand Geld Was ist denn da los? Sag mal Dankeschön Bitte Um was geht's gerade? Ähm, was? Um was, was meinst du? Was? Um was es gerade geht? Bei was? Du hast gerade gesagt, was denn da los? Dass er wie ein Euro spendet! Ah Okay Der am meisten verdienten kriegt Geld, den Arsch Äh, war hier ein Vogel? Ah, da war ein Vogel Ah, jetzt fliegt er natürlich wieder weg Ich brauch mehr Stamina Gib mir Stamina! Stamina, Mina Eee So, jetzt habt ihr die richtige Musik gehört, was da eigentlich dazu gehört So Äh, jetzt hab ich aber tatsächlich doch mal was vergessen Und zwar Was hat er denn geschrieben dazu? Hm Ja, was kosten hier die Mod-Rechte? Ah, Lars, mit einem Euro kommst du da nicht weit 50 Euro pro Minute Das ist nur ein Abo Ja, also pro Stream Brauchst schon so Ja, also Was kostet so eine Nutte in der Stunde? Gründigungsfrist, 5 Jahre Ja, klar Das war Tragsszene Und wie gesagt, monatliche Grundgebühr von 5 Luftbesuchen Mindestens Und jedem einen Blasen Ach, zack und zack, ich vergesse hier immer die Hälfte Was ist denn los? Ja, macht's mal mein Zeug, geh aufräumen Ja Äh, wo hab ich denn jetzt meinen Schlitten geparkt? Äh, da hinten Jetzt haut schon wieder jemand was raus Was ist denn los jetzt? Was? Sag mal, das bin ich, das bin ich ja mal überhaupt nicht gewohnt Ah, kriegst du wieder an Hau dir eine Spende nach der anderen raus Was ist denn los hier? Hat's Taschengeld gegeben Keine Ahnung Silberverzettel hat Kannst du jetzt endlich mal ein Eis leisten Geil Gib mir Kekse 2,49 Euro Dankeschön Hey, jetzt kannst du dir endlich mal ein Eis leisten Voll geil Ich kann mir jetzt echt mal die erste Kugel Eis kaufen Okay Ist ja der Wahnsinn Äh, wie gesagt, ich muss jetzt nochmal kurz gucken Und das hat die Community möglich gemacht Huh Endlich Geil Wenn das so weiter geht, kannst du uns auch noch einladen Ja Hm Also Leute, immer schön weiter spenden Ich will auch noch mein Eis Ja Bitte Eis ist gut Eis ist gesund Vor allem Fruchteis Mhm So wie Erdbeerkäse 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 Eichelkäse Oh ja, noch besser Wusste ich, dass das wieder kommen musste So, jetzt mal Okay Also nochmal vielen, vielen Dank Schön Ist ja echt süß Aha SMVLP Schreibt gerade Mein Bruder hat eine Halsentzündung Eine Halsentzündung? Eine Halsentzündung Das ist schön Okay, okay, okay Boah, Domme, war das knapp Hahaha Hehehe oll Cheese Das ist schön Erdbeerkäse Ja Die Halsen Das ist schön Das ist richtig Das ist ja Aber ist und das ist ja Okay, os Mannen Anybody's kann, ja